Musik Wenn die Hochzeit zum schlimmsten Tag des Lebens wird, das hört sich überhaupt nicht irisch an und noch weniger nach was Passendem, aber in diesem Buch hier passiert eigentlich ziemlich genau das. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, es ist eine Neuerscheinung, es ist sehr spannend, es spielt in Irland, es ist ein wunderbarer Krimi, den sie wahrscheinlich nicht mehr weglegen werden und ich kann es von ganzem Herzen empfehlen. Sommernacht